Leute, Achtung, heute mal ein Schnelleinstieg. Ihr habt ja zwei Charts vor euch. Zu welchen würdet ihr eher tendieren, wenn es in Bezug auf ein Investment um das Thema Sicherheit ginge? Ihr habt 10 Sekunden Zeit. So, dann kommen wir auch schon zur Auflösung. Hier auf der linken Seite, das wäre einmal der X-Trackers MSCI World gewesen und auf der rechten Seite haben vielleicht einige schon bemerkt, einmal der Bitcoin. Was es nun mit dem überfallmäßigen Auftrag zugrunde liegt, heute im Video. Hi Leute, nochmals herzlich willkommen bei Jeder Euro zählt. Ich bin Steve und heute geht es um den Bitcoin. Ich habe mich ja in meiner Anlagestrategie für 2023 schon ein bisschen über Bitcoin ausgelassen. Warum ich jetzt heute nochmal ein spezielles Video über Bitcoin mache, beziehungsweise auch, ob es ein sicheres Investment ist oder auch nicht, dementsprechend ich habe einen Artikel auf NV gelesen, der ist mir ein bisschen sauer aufgestoßen. Auf den schalten wir auch schon gleich um. Jetzt geht's los. Eben noch eine kurze Anmerkung von mir. Wenn ich heute nur von Bitcoin spreche, soll das nur ein Platzhalter sein. Ich beziehe mich natürlich auf sämtliche Kryptowährungen, vielleicht nicht alle, aber auch die meisten von denen, die derzeit handelbar sind. Bitte auch Verständnis dafür, weil ansonsten würde es den Rahmen des Videos sprengen. So, da sind wir auch schon mitten im Artikel. Link wie immer in der Beschreibung. So. Die meisten Kryptowährungsanleger lassen sich einer Umfrage des Folgen in ihrem Vertrauen in Bitcoin und Co. nicht erschüttern. Zwei Drittel der Befragten stufen ihre Investments als eher sicher ein. So, und hier möchte ich natürlich gleich nochmal ganz deutlich einhaken. Legen wir einfach mal ein Investment zugrunde. Und wer die Grundlage verstanden hat, der weiß ganz genau, umso geringer die Rendite erwarten, umso höher ist zumeist auch die Sicherheit. Und natürlich auch umgekehrt. Jetzt bei Bitcoin und Co. Zwei Drittel dieser Befragten stufen in dieser Anlageform als Sicherheit. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jemand, der in Bitcoin investiert, sagt, ja pro Jahr mache ich meine 1, 2, 3 Prozent und bin auch glücklich. Das ist eh problematisch natürlich auch der 10-prozentigen Inflation, beziehungsweise die ist ja jetzt gefallen, auf die 8,6 Prozent. Aber beachtet ja bitte auch die Kernrate, das nur aber so nebenbei. Hier wollen die Leute natürlich Gewinne machen. Hier wollen sie hohe Gewinne machen. Und hier muss man ganz klar sagen, umso höher die Renditerwartungen von den Anlegern sind, das kann damit einfach nicht sicher sein, dieses Produkt. Oder wie sieht ihr das? Schreibt es mir gerne in die Kommentare unten rein. Aber es ist einfach die Grundlage, sage ich jetzt mal, der Anlagephilosophie. Ich hänge mich jetzt auch gerade gar nicht am Bitcoin oder so auf. Wie gesagt, auch der Artikel, auch der Autor kann gar nichts dafür. Es geht eigentlich um diese Umfrage und eben anscheinend die Leute, die eben in Bitcoin investiert sind, waren oder wie auch immer. Was ist denn eigentlich ein sicheres Investment? Und wenn nicht ist ein sicheres Investment einfach etwas, wo man sicher sein kann, dass am Ende der Laufzeit einfach zumindest das Kapital erhalten bleibt oder dass man zumindest eine kleine Rendite erwirtschaftet hat. Wie zum Beispiel bei Bundesanleihen, Sparbriefen und so weiter. Diese Leute aber jetzt hier, die hier schon investiert sind, ich weiß nicht, ist dieser Machenzwang, ist auch diese Bitcoin-Hysterie, auch diese Jüngerschaft, die ich schon angesprochen habe. Ganz, ganz schwierig, was wir Leute hier anlegen. Dazu kommen wir auch noch später weiter unten. Aber wie gesagt, hier den Bitcoin als sicheres Investment anzuziehen, wie gesagt, wie Bart Simpson, der immer in die Steckdose reinfasst und sagt, oh lass das. Also sprich, diese Leute haben nicht verstanden, meines Erachtens mal fest zu überzeugen, was denn eigentlich Anlage ist, was eine sichere Anlage ist und was auch dementsprechend spekulative Anlagen sind. Und das kann für diese Gruppe sehr, sehr gefährlich werden in Zukunft. Kommen wir aber erstmal weiter im Text. Im Durchschnitt haben die befragten weiteren Angaben zufolge etwa 14% ihres Gesamtvermögens in diese Anlageklasse gesteckt. Bei der Mehrheit belaubt sich die Summe auf mehr als 18.000 Euro. Bei denjenigen, die mit einem Investitionsvolumen von mehr als 100.000 Euro hätten, über die Hälfte, mehr als 50% ihres Vermögens dort angelegt. Wir müssen natürlich jetzt sagen, 14% vom Gesamtvermögen ist schon ein gewisser Brocken. Das langfristige Bitcoin investieren, finde ich gar nicht mal so verkehrt, aber ich würde hier maximal bis 2-3% vom Gesamtvermögen hineingehen. Weil wenn ich persönlich, also ich kann es so von mir ausgehen, spekuliere, dann spekuliere ich richtig, aber gehe nicht unbedingt in Bitcoin rein. Was mich aber so ein bisschen hat aufbrochen nach so ein bisschen, was die Ohren geschlackert sind. Bei denen mit einem Investitionsvolumen mehr als 100.000 Euro, die legen über 50% ihres Vermögens da an. Da ist es natürlich, das ist hardcore, das ist wirklich hardcore, das ist hoch spekulativ. Man hat jetzt ja auch den Chart gesehen, wie schnell es auch abwärts gehen kann. Das finde ich mehr als dramatisch. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber mit einer richtigen Anlagephilosophie, mit einem Plan, den man hat, hat es meines Erachtens nicht viel zu tun. Schauen wir aber nochmal weiter. Und das ist nämlich auch nochmal ganz interessant. Insgesamt seien mir als 2.000 Personen im deutschsprachigen Raum befragt worden, stimmen die Autoren in der Umfrage. Die sind überwiegend höher gebildet und einkommensstark. 43% an den Hochschulabschluss. Das durchschnittliche Bruttomonas-Erkommen liegt bei 4.800 Euro. Sie informierten sich hauptsächlich in der Fachpresse über digitale Anlagen. In Bezug auf diese Zahlen hier kann ich natürlich persönlich nur mutmaßen. Wenn man hier sieht, hier geht es ja um Hochschulabsolventen, die auch schon ordentlich verdienen. Aber ich persönlich denke, dass es hier eigentlich mehr geht um diese Romantik, die heutzutage vorherrschend ist. Also sprich, nicht um bis 67 oder vielleicht in Zukunft auch bis 70 zu arbeiten. Eigentlich mehr so dieses digitale Nomadenleben oder das Vuralistenleben. Bis 50 arbeite ich und danach genieße ich mein Leben. Anders kann ich es mir eigentlich nicht erklären. Weil es wäre doch so einfach. Man hat doch lange Zeit, auch besonders in gewissen Alterskategorien, einfach das Geld einfach in der MSCI-World anlegen. Man kann ja spekulativ auch fahren, aber doch nicht so hohen Prozent setzen. Oder halt natürlich auch mit dem halben Vermögen in Bitcoin zu gehen. Das finde ich einfach schlachsinnig. Bin ich ganz ehrlich? Das finde ich einfach persönlich falsch. Und natürlich gibt es immer wieder Erzählungen. Dementsprechend von Leuten, die sehr früh drinnen waren und haben dann Millionen gemacht. Aber Leute, das ist dementsprechend einfach die Ausnahme. Es ist nicht die Regel. Denkt immer daran. Und natürlich werden jetzt die Ersten wahrscheinlich schon wieder sagen, was mische ich hier ein? Du hast doch keine Ahnung. Warum mische ich mich ein? Ich möchte euch teilweise echt von Schlimmeren bewahren. Und wir können hier auch gerne eine Challenge machen. Ich garantiere euch, wenn ich hier 1.000 Abonnenten auf diesem Kanal erreicht habe, dann poste ich euch mal meinen besten Kurzzeit-Trade, den ich jemals gemacht habe. Und dann will ich richtig in den Ohren schlappern und dementsprechend richtig abdrehen. Aber wie gesagt, machen wir jetzt mal weiter. Ich möchte einfach nur ein bisschen aufklärerisch hier wirken und dementsprechend sagen, Leute, spekulative Sachen machen ja, aber bitte übertreibt es nicht. Es kann euch, wie gesagt, hart und gut kosten. Machen wir aber jetzt hier mal noch weiter. Was natürlich auch dazu kommt in Bezug auf die Kryptowährung, war natürlich jetzt die Pleite der Plattform FTX. Wie gesagt, haben die meisten, die auch in Bitcoin investiert sind. Die werden wahrscheinlich auch auf dieses Video klicken, eben wegen Bitcoin. Ihr wisst ja schon mittlerweile Bescheid. Zudem natürlich mit Core Scientific rette sich zudem eine der größten börsennotierten Kryptofirmen in den USA unter Gläubiger Schutz. Also in dieser Branche ist nicht alles so astrein, wie man denn denken möchte. Zudem, wie sieht denn eigentlich die Zukunft des Bitcoins aus? Da ist zum Ende dran ein Ausblick von mir auch heute noch im Video in Bezug auf das Jahr 2023. Aber des Weiteren, wo große Gewinne gemacht werden, wer steht denn da hinter euch als großer Mann noch? Genau, das ist der Staat. Und wie wisst ihr, wie auf ein-, zwei-, dreijährige Sicht denn hier verfahren werden wird? Wie es eine Regulierung geben? Wie gesagt, ganz viele Sachen sind hier im Unklaren und von einem sicheren Investment, wie es hier der Umfrage zufolge, die Leute davon ausgegangen sind, da erwarte ich um einiges mehr. So, und bevor die ersten Kommentare jetzt schon wieder einkohlen, du hast hier nur auf einjahres Sicht gemacht, das kann ja jeder. Geh nochmal die zehnjahres Sicht. Und Leute, es geht mir nicht darum, euch Bitcoin-Made zu reden. Ich sage einfach nach wie vor nur, gewissen Prozentsatz sehr gerne spekulativ. Und da bin ich die erste Instanz, die sagt, ja, natürlich spekulativ kann man viel Freude haben, kann man viel damit machen. Da bin ich auch richtig geil drauf und in dieser Bewegung auf diesem Channel auch noch einiges hier besprechen. Aber nach wie vor es geht um die sichere Anlage und die sehe ich in Bitcoin in kleinster Weise gegeben. Hier haben wir noch eine Zehnjahres Sicht. Und hier scrollen wir ganz kurz eben mal nach unten, weil da sehen wir auch nochmal die unterschiedlichen Zeiträume und da können wir nochmal schön schauen, was ist denn jetzt hier eigentlich sicher und was ist weniger sicher. Hier einmal nach vor nochmal der X-Trackers MSCI World und hier seht ihr einmal auf einjahres Sicht hat er gerade mal 12,43 Prozent vor. Im Gegensatz Bitcoin 61 Prozent. Also sicher ist für mich anders. Angegen auf die drei Jahres Performance. Hier hat der Bitcoin die Nase vor. Muss man sagen. Klar, da hat er definitiv dementsprechend einen thesaurierenden MSCI World geschlagen. Aber auch schier schon wieder auf fünf Jahress Sicht. Hier ist natürlich ein thesaurierender MSCI World deutlich vor dem Bitcoin. Ihr könnt natürlich sagen, ja aber wenn man schon viel früher angelegt hat. Ja Glückwunsch Leute. Geil. Super. Freut euch. Wenn ihr vielleicht sogar am hoch rausgegangen seid. Hammer. Geiler Trade. Ich beglückwünsche ich vom ganzen Herzen. Aber definitiv es geht um die Sicherheit einer Anlage und die sehe ich in Bitcoin nicht gegeben. Gut, dann kommen wir eben noch zu meinem kurzen Fazit in Bezug auf den Bitcoin. Bitcoin habe ich zwar schon erwähnt gehabt in meiner Anlage Schrift für 2023, aber nur der Vollständigkeit halber. Ich sehe es so ähnlich wie bei Growth Aktien. Wenn dementsprechend die Zinswende kommen sollte, also sprich, dass wir wieder mit fallenden Zinsen rechnen können, dann werden A Growth Aktien und genauso wie der Bitcoin im, sage ich jetzt mal Schlepptau, wieder eher nach oben tendieren. Bis dahin wird dementsprechend die Marktlage sehr, sehr schwierig. Kein eben für die Growth Aktien sowie für den Bitcoin. Aber wie gesagt, nach wie vor kann der Bitcoin natürlich auch wieder alte Höchststände erreichen. Das möchte ich auch gar nicht ausschließen. Aber wenn es um die Sicherheit einer Anlage geht, ich bitte euch, der größte Teil eines Vermögens sollte, wie gesagt, in solchen Anlageformen stecken, wie zum Beispiel in MSCI World, in Thesaurierenden, auch für mich ist es auch Ausschüttend von euch vorzugehen, diese Thesaurierende Variante. Und wenn ihr spekulativ was machen möchtet in Bitcoin, macht das aber bitte nicht mit so einem großen Anteil eures Vermögens. Wenn ihr nun dieses Video als informativ empfunden habt, lasst doch bitte ein Abo oder ein Like da. Wenn es um spekulative Anlage-Methodiken geht, um den Bitcoin, was heißt um andere, habt ihr da Interesse daran? Schreibt es mir gerne in die Kommentare unten rein, dann bringe ich noch um einiges mehr Themen allgemein über spekulative Anlage-Instrumente. Also einfach unten rein und dann können wir auch über alles hier reden. Ansonsten zum Ende lasst es bei euch nochmal Euros regnen. Bleibt mit treu, werdet mit treu. Bis bald, euer Steve.